Moin Moin! Was geht? So! Wir sind ja immer noch in Korinus. Ich wollte noch mal zurück in die Kanalisation. Und euch noch was zeigen. Ja. Oh, heilig. Ich lasse mit meiner Stimme wieder los hier. Die Winterzeit ist echt schlimm. Nicht gut für die Stimme. So, so, so. Eigentlich müsste ich ja nicht mehr in die Kanalisation. Ich habe das, was ich brauche. Und einen Auftrag von Lord Andre habe ich nie angenommen. Wozu ich in die Kanalisation müsste. Man... Ihr könnt ja denken was. Naja, das ich das Spiel ja kennen. Immer vorausgesetzt natürlich. Einen anderen Versuche, Stillweilen zu bewahren. Wir sehen sie gleich. Hoppa! Dum dum dum. So. Da... Ging es da weiter? Ich weiß gar nicht. Wo ist denn da eine Typie? Ach, der erwartet uns gar nicht oder... Ach, da hinten steht er erst. Ah, okay. Alles klar. Ich... Denk mal, wie der... Der steht wo ganz anders. Egal. Ich habe immer das meiste ungefähr im Kopf, aber... Wie man öfters sieht, auch nur so ungefähr. Ja. Ich gucke... Ich versuche hier vorher erstmal nochmal alles ab. Hier kommt mal, glaube ich, ohne Schlüssel nicht rein. Ohne den richtigen Schlüssel? Genau. So viel habe ich noch im Kopf. Okay. So, da wartet einer auf uns. Ich speichere lieber vorher nochmal ab. Ähm, wo speichere ich denn diesmal? Ähm, hier. Hier speichere ich mal. Alles klar. Gut. Habe ich eigentlich schon schleichen gelernt? Ne, schleichen kann ich nicht mal. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Wer sagt das? Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Pff, was soll... Ich habe Atelier umgelegt? Ja, hab ich. Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Ähm... Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Hier gibt's aber nichts zu gucken. Du bewegst dich auf gefährlichem Gebiet, klar? Einfach lass deine Waffe stecken und sag mir, warum du hergekommen bist. Ähm, das untere ist ziemlich selbstmordgleich. Ach, macht Spaß. Ich habe Attila umgelegt. Wer hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei? Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Du sagst es. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Du bist so stark. Was machst du hier? Was machst du hier in diesem dunklen, nassen Loch? Hm, ich wohne hier. Noch so eine dumme Frage und ich schneide dir ein Muster ins Fleisch. Ach, schön. Ich wollte immer schon ein Muster im Fleisch haben. Aber... Wie? Du wohnst hier, als ob das doch selbstverständlich ist. Ach, naja. Bring mich zu deinem Anführer. Hahahaha. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter. Und versuch nicht mich reinzulegen. Darf ich hier rein? Darf ich? Ich versuch's einfach mal. Hier ist aber rein gar nichts. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Wer bist du denn? Ramirez. Darf ich mich hier bedienen? Och, ich speichere. Hm. Soll ich noch mal abspeichern? Ich weiß es nicht. Hab ich schon einen Quest-Lock? Irgendwas? Ne. Gut. Da könnte ich auch noch mal abspeichern. Ja, okay. Gut, gut. Ah. Mist. Alter, wie oft. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Ah, okay. Bis jetzt hat er mich immer nicht angegriffen. Oh. Scheiße. Ja, paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute. Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinis zu bieten hat. Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Ah, ja. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Okay. Mehr hat ja nichts zu sagen zu uns. Alles klar. Ich darf sie verklauen. Aber, ne. So weit sollte ich es ja nichts bringen. Okay. Na ja, das bisschen Gold kann ich normal auch nicht gebrauchen. Was soll ich damit? Ich habe genug Geld. Gold. Geld, egal. Mal. Wenn ich jetzt hier rein gehe. Warte, ist das schon gleich auf mich. Boah. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Natürlich rede ich mich gar nicht an. Jasper. Na ja, dann rede ich sie mal an. Hey, du. Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Was? Okay. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Wie paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Das ist schon clever, ja. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, die Diebesgilde, die man ein Gestinkfest machen sollte, um schneller, ohne Bürger der Stadt zu werden, bei der Miliz aufzunehmen zu werden. Hat der Lord André jetzt ungeboten. Aber zu dem Zeitpunkt ist das klarer Selbstmord. Naja, ich denke, jetzt ist es immer noch Selbstmord. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Haha, nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Warum versteckt ihr euch dann hier unten? Naja. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens. Lass dich nicht erwischen. Drittens. Wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Äh, alles klar. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Na, super. Und wenn es dann doch mal passiert, dann lade ich dich nochmal neu. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Das weiß ich nicht. Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Ha, toll. Und wenn ich euch nicht beitrete, dann ja. Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Dann versuch mich zu töten. Das kann ich jetzt einmal machen. Dann lade ich aber nochmal. Weil ich will mal gucken, wie schnell es mich umbringt. Weil die hat es schon echt drauf. Zumindest am Anfang, ich weiß nicht. Dann versuch mich zu töten. Schade. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Was willst du? Alter, mit einem Schlag. Das ist abartig. Wie stark die ist. Das ist nicht normal. Und den anderen hat es auch noch mit umgehauen. Einfach. Alter. Das ist brutal. Du hast keine Chance gegen die. Immer noch nicht. Warum ist sie so stark? Äh. Naja. Sie ist nicht umsonst. Die Banditenanführung. Auch wenn der Jasper sagt. Es wäre kein Anführer. Mal sehen. Ich will mal gucken. Wenn ich hier jetzt die Banditenanführung anziehe. Ob sie mich auch angreifen. Trotzdem. Obwohl sie selbst Banditen sind. Nö. Scheinen sie sich nicht zu stören. Oh. Doch. Jetzt stören sie sich da dran. Ah. Wow. Lol. Ich habe es umgebracht. Du hast Cassia umgebracht. Du dreckiger Mörder. Aber an mir wirst du scheitern. Lol. Ich habe es umgebracht. Wie denn das? Upsala. Ich hab nicht gedacht, dass das geht. Schönes Ding. Oh. Der hat einen Schlüssel dabei gehabt. Was für ein Schlüssel? Meisterdegen. Ein kleiner Schlüssel. Der kleine Schlüssel vom Hotel. Ach. Genau. Ich lass doch mal so. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich die auch umbringen kann. Sonst habe ich, weil ich keine andere Möglichkeit gefunden habe, habe ich, bin ich denen halt beigetreten. Aber wenn das so geht, dann warum? Ja, ich, soll ich das erzählen? Ich erzähle das, wenn ich das so weitermache. Da speichere ich nochmal wo ganz neu hier. Oder da, oder da, oder da. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie geschafft, ganz ehrlich. Oh, scheiße, greif mich an. Warum greifst du mich an? Wow, die sind ja alle so abartig. What the fuck? Die werden ja alle so assig gut sein. Also, du darfst dich nicht zum Schlag ausholen lassen. Alter, was die für Kritik... Was die für Kritik reinhauen? Abartig. Nein! Ja, jetzt scheine ich am letzten, will ich dich verarschen. Nein, nein, haue ich um. Und jetzt scheine ich am letzten. Ich krieg dich auch noch umgekloppt. Ich will mal wissen, ob ich dann noch, trotzdem im Nachhinein noch eine Belohnung von Lord André kriege. Jetzt will ich das machen. Der fehlt noch hier. Stirbbandit. Jo, der gibt es sogar noch mal 400. Der Kassiers hat, glaube ich, 500 gegeben und der andere 300. Boah, nicht schlecht. Von der Erfahrung ist das echt nicht schlecht. Das sind Baditen, mit denen kompere ich nicht. Tod. Jetzt weiß ich euch aber gleich noch mal. Diebesgilde müsste ich eigentlich schreiben. Nicht Baditengilde hier. Das ist ein feiner, aber... Die sind ja keine Banditen. Das ist noch mal was anderes. Diebesgilde. Zack. Wie gesagt, ich habe es nie versucht, die mal umzulegen. Weil ich... Weil ich... Immer, wenn ich hier unten mal war, da war ich noch nie stark genug dafür. Man kann es ja... Das war auch verschieben. Ach. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah, okay. 50 Gold und dann so gut ver... Ja, was zum Teufel. Ich habe auch nicht... Ich habe 14 Geschichten. Kein Wunder, dass mir so oft der Dietrich abbricht. Wie gesagt, wenn man mehr Geschichten hat, sie hat ja gesagt, dass die Schlüsse zu den Fähigkeiten... Diebesfähigkeiten vorgesagt. Dann bricht er auch nicht so oft auf die Dietrich ab. Äh, wo ist denn der Dietrich? Ich will noch gucken, wie viel ich habe. Ich glaube, es ist mir ja einiges leider abgebrochen. Äh, bin ich jetzt blind? Hallo? Ah, 47. Och, geht doch noch. Ich darf es werden schon mehr. Boah, gleich abgebrochen, willst du mich verraschen. Oh, nur vier. Und dafür 100 Gold. Ich verstehe nicht. Der andere war viel schwerer und es war weniger drin. Super. So. Oh, die Musik fängt wieder an. Der habe ich schon geplündert. Wunderbar. Tja, niemand legt sich mit mir an. Oh. Jetzt ziehe ich mal besser nochmal die Rüstung raus. Dumm. 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 Normal müsste ich jetzt vorne da, wo ich den Schlüssel gebracht habe. Ich habe ja drei Schlüssel sogar aufgenommen. Ich weiß zwar nicht, wofür die anderen... Ah, einer Schlüssel ist noch... Ja. Das zeige ich euch auch noch gleich. Es gibt nämlich noch einen geschickteren Ausgang als... Durchs Hafenbecken. Aber das weiß ich ja auch vielleicht jemand. So, zack. Das ist der erste Schlüssel. Aber dann fehlt trotzdem noch immer noch ein Schlüssel. Wofür ist der letzte dann? Hier für die Truhe vielleicht? Nicht. Ah, nee. Den muss ich... Oh. Mist. Also, rechts, 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 links, rechts, rechts, rechts... Scheiße. Nein. Rechts, 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 links, rechts, 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 links... Oh, scheiße. Was? Wie lange ist denn das? Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts... Oh. Alter, was ein Schloss. rechts 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 links rechts rechts links rechts links 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 rechts links links rechts rechts what alter das muss ich mir jetzt langsam aufschreiben das falsch mir nicht mehr also soweit bin ich schon auf jeden fall erst mal rechts 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 links rechts 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 links rechts links rechts rechts links da war es noch mal rechts was ein schluss rechts 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 links rechts rechts links rechts 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 da ist noch mal rechts nein nur zweimal diesmal boah willst mich verarschen rechts 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 links rechts 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 links 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 Rechts, rechts, rechts. Links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, links, links. Alter, was ein Schloss. So, krieg ich das irgendwann mal auf? Rechts, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Finally, I did it. Für drei, aber, oh, geilen Geschicklichkeitsrank. Wie viel waren das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 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 dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Zwanzig. Boah, willst mich arschen. Stärkebonus. Ist nur die Frage, soll ich jetzt Geschicklichkeitsrank schon trinken, weil Geschicklichkeit trinier ich ja so oder so nicht. Also da kann ich auch maximales Geschicklichkeitstraining eh nie erreichen. Da ist es ja scheißegal, ob ich es jetzt trinke oder erst zum Schluss. Das trinke ich jetzt. Bei Geschick, äh, Stärke ist es was anderes. Da trainiere ich so lange, wie man trainieren kann. Mit den Lernpunkten und dann haue ich das andere raus. Boah, naja, drei Geschickschalte hat es nur gebracht, aber immerhin. Und viel Gold. Boah, hat mir das jetzt Zeit gekostet. Wie man die Leute oben drüber reden hört. Wo kommst du denn her? Ich habe in deinem Keller was Interessantes gefunden. Was hattest du in meinem Keller zu suchen? Das weißt du verdammt genau. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja. Wie sie sich dumm stellt. Wir sind im Hotel, ja, ich sag mal Hotel. Ausgekommen. So. Oh, ne. Wo kann man hier sagen, grauen wir, erzählen wir was über die Stadt. Tja, kann ich nichts mehr. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Wahrscheinlich nicht. Ne, das bringt rein gar nichts, bis auf die Erfahrung. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Erfülle deine Aufträge. Okay, dann halt nicht. Aber ich darf es jetzt so. Also das spiele ich jetzt nicht. Ich meine, die haben immer eine gute Erfahrung gegeben. Die haben, wie viel denn? 500 also? 400? Das sind 900. Und 300. 1200 Erfahrungen. Das würde ich nicht wissen. Ich weiß nicht, wenn man für die Diebes gilt, dann kriegt man halt nur nochmal zusätzlich Aufträge. Dann muss man, das kann ich ja jetzt sagen, in der Oberstadt muss man die reichen Leute halt beklauen. Zumindest zur Aufnahme, soweit ich weiß. Und ja, Aufträge natürlich geben auch nochmal Erfahrungen. Ich weiß nur nicht, wie viel. Na, ich hätte die Aufträge machen können und dann so umlegen. Oh, scheiß drauf. Nö, lass ich jetzt so. Außer jemand sagt, nein, du musst die machen. Dann habe ich ja, ich habe hier extra einen Spielstand gespeichert. Das speichere ich jetzt auch nochmal. Und ja, dann kann ich das ja nochmal laden. Außer ja, okay. Nö. Ich habe nichts mehr zu sagen. Für die Folge erstmal nicht mehr, weil ich mache jetzt Schluss. Sei es, bist du mal ruhig. Ruhe, Herold. Störe mich nicht, ich bin im Dienst. Dann machst du mal Pause. Jetzt endlich. Okay. Das war's für heute. Es reicht. Ich habe lange genug aufgenommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder frisch gestärkt. Also macht's gut. Und tschüss.